Der Boden muss trocken und eben sein. Die Restfeuchte darf die vorgeschriebenen Werte für dein Laminat nicht übersteigen. Sollte dein Boden so uneben sein, dass es über 3 mm pro laufendem Meter hinausgeht, musst du mit Spachtelmasse ausgleichen. Unter den Laminatdielen muss zunächst eine Dampfbremsfolie verlegt werden. Wir nutzen hier aber eine Unterlagsbahn mit integrierter Dampfbremse, daher kannst du dir diese Arbeit sparen. Die Unterlagsbahn sorgt für den Ausgleich von Unebenheiten bis zu 1,5 mm und reduziert den Trittschall. Die Unterlagsbahn rollst du auf der Folienseite aus und schneidest sie auf Raumlänge zu. Achte darauf, dass die Seite mit der überlappenden Dampfbremsfolie in den Raum zeigt und nicht zur Wand. Die zweite Bahn schiebst du unter die überlappende Folie der ersten Bahn und verklebst beide Bahnen bündig mit dem vorhandenen Klebestreifen. Wir nutzen ein Dicht- und Distanzband, um die Dampfbremsfolie an den Rändern abzudichten und um die Dehnungsfuge ganz einfach einzuhalten. Das Distanzband wird an den zwei Stoßwänden verklebt. Welche das jeweils sind, hängt von der Verlegerichtung deines Laminats ab. Bei unserem Laminat beginnen wir in der linken Ecke, da beide Federn zur Wand zeigen müssen. Also kommt das Distanzband an diese beiden Wandseiten. Das einfache Dichtband kommt an die beiden restlichen Wände. Drück das Band mit dem Distanzschaum an der Wandseite in die Ecke und zieh dann langsam die Folie des Klebestreifens ab. In den Ecken musst du mit der Schere die untere Seite des Bandes einschneiden, um es sauber ankleben zu können. Dein Laminat muss sich noch akklimatisieren. Dazu legst du die verschlossenen Packs mit mindestens 50 cm Abstand zur Wand in den späteren Verlegeraum. Für dich bedeutet das eine Pause von nicht weniger als 48 Stunden.